Bitte versteht mich jetzt nicht falsch und ich hoffe zumindest ein Teil von euch kann das nachvollziehen, dass der Test des Razer Keylights relativ negativ wirkt. Was jetzt allerdings nicht mal heißt, dass es ein schlechtes Produkt ist. Aber so wie ich das sehe, ist es für ein, ich sage jetzt mal, rein weißes Licht einfach zu teuer oder für den Preis dann eben als RGB-Licht einfach nicht leistungstechnisch gut genug. Und deswegen lasse ich euch jetzt mit dem Rest des Tests allein, damit ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt. Und dann könnt ihr mir gerne sagen, ob ich einfach viel zu kritisch reagiere oder eben nicht. Und wir gucken mal, was bei rauskommt. Und zwar bei dem Test des Razer Keylight mit einem stolzen Preis von 300 Dollar. Euro-Preis ist mir nicht bekannt, aber der könnte sogar noch höher sein. Es ist definitiv eine Anschaffung, die gut überlegt sein sollte. Denn für das Geld habe ich ja vor kurzem bereits die 880 RS getestet. Allerdings bekommt ihr die in Doppelpack. Auch hier gibt es LEDs mit eben warmweiß und kaltweiß und auch noch RGB. Denn das ist der eine große Unterschied zu den Elgato Keylights, die es je nach Größe zwischen 150 und 200 Euro gibt. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass wenn man so RGB integriert, man es auch gleich hätte lassen können. Aber ja, mehr dazu später. Kommen wir kurz zum Licht. Hier hinten ist die Elektronik. Da unten ist noch ein Schalter zum eben Pairen, wobei ich den eigentlich nicht brauchte. Und dann noch der Anschluss für das Netzteil. Ist knappe 2 Meter lang, ungefähr so groß. Ich habe es eigentlich eingesteckt, kann es euch nicht zeigen. Habt ihr dann an der Unterseite hier einen Ein- und Ausschalter, wobei ich euch ja schon mal sagen kann, schaltet dann am besten einmal ein und dann lasst ihn so. Denn nur wenn ihr Licht schon voreingestellt habt und das Licht ausmacht, schaltet es sich wieder ein, genauso wie es verlassen wurde. Sonst allerdings, beim Ausschalten, schaltet sich auch die WLAN-Funktion ein und ihr könnt das Ganze nicht per App steuern. Denn es gibt einmal eine Android-App. Das Ganze funktioniert auch über Synapse. Könnt ihr die Lichter allerdings auch eben nur so steuern. Denn wie ihr schon wahrscheinlich bemerkt habt, gibt es ja keinerlei Bedienelemente auf der Rückseite. Was ich gern gesehen hätte, denn das ist sehr, sehr viel wert, gerade bei dem GVM, das auch problemlos, allerdings dann per Bluetooth-App steuerbar ist, kann ich jederzeit mal kurz die Helligkeit oder die Farben nachregeln oder irgendwelche verschiedenen Modi wechseln. Hier brauche ich jedes Mal eine Verbindung ins Internet oder eben mit der App. Im Falle von Android verbindet es nicht immer wirklich allzu schnell, allzu zuverlässig. Manchmal muss man das mehrfach probieren. Ich habe es erst vor kurzem überhaupt mit meinem PC zum Laufen gebracht. Anfangs wollte er erst gar kein Gerät finden. Vielleicht hat es ein Update gelöst. Aber das wäre es in der Hinsicht. Deswegen alles schön in Richtung Smart zu gehen, wobei es ja nicht wirklich Smart ist. Ist ja eigentlich schön und gut. Aber das über eine App, ich würde mal sagen, unnötig, unkomfortabel zu machen, verstehe ich nicht ganz. Wäre es mir allerdings recht gewesen, dass man hier vielleicht noch eine Einbindung gemacht hätte in Razer Synapse Software, damit man das Ganze über ein Razer Keyboard, ähnlich wie zum Beispiel schon bei der Logitech LightRail Glow, steuern kann. Ist mir allerdings nicht gelungen. Ich habe da keinerlei Möglichkeiten gesehen. Und ja, Alexa oder so, einzige Steuerung gibt es hier leider auch nicht. Was es allerdings gibt, ist auf allen vier Seiten ein Viertel Zoll Gewinde, damit ihr das Ganze eben anbringen könnt. Und im Vergleich zu dem GVM-Licht hat das Ganze hier keine Stative mit sich gebracht, sondern einen Klemmarm. Also ähnlich wie schon zum Beispiel bei den Elgator-Lichtern, habt ihr die Möglichkeit, das einfach am Tisch fest zu klemmen. Wobei ich auch jetzt schon mal sagen kann, dass ich hier rein verarbeitungstechnisch nicht ganz so happy bin. Denn alles wirkt solide und robust, ja. Aber zum Beispiel das Gewinde hier läuft merkwürdig schlecht. Es läuft nicht wirklich sauber. Es hakelt relativ gern. Und wenn ich schon Hakel erwähne, hakeln tun auch die verlängerbaren Stäbe. Denn zum Beispiel habt ihr hier die Möglichkeit, einfach das aufzuschrauben und zu verlängern. Und vom Tisch kommt ihr locker bis an die Decke. Aber sobald mal das Licht drauf ist, das mit 1,7 Kilo eben nicht ganz leicht ist, ist mir halt aufgefallen, dass die ja jetzt anscheinend leicht laufenden Arme deutlich schwerer laufen. Dann ruckelt das Ganze schon mal. Da muss man schon ein bisschen drücken und ziehen und so weiter. Und das ist mir so auch zum Beispiel bei diesen Klemmen aufgefallen, die ich euch mal kurz hier zeigen kann. Denn hier wird im Prinzip das Kabel durchgefädelt. Allerdings ist das keine wirklich Top-Lösung. Denn gerade wenn ihr das auf eine bestimmte Länge, die ihr sonst jetzt nutzt wie hier, eingestellt habt und ihr das dann allerdings mal länger ziehen wollt, verhakt sich das Kabel meistens hier irgendwo, bleibt dann hängen. Also da muss man auch schon wirklich aufpassen, dass man da nicht dran rumreißt. Und der nächste Punkt, wo noch aufgepasst werden müsste, ist der Kugelarm, an dem ihr das Licht befestet. Denn in bestimmten Winkeln könnt ihr dann noch so festziehen, ist einfach der Kugelkopf nicht stark genug, um das relativ schwere Licht eben auch zu halten. Deswegen das einfach mal als Info. Wenn ihr das allerdings mal einmal und nicht allzu oft wechselt eingestellt habt, dann ist das Ganze völlig okay. Dann hält es stabil, es wackelt nicht, lässt sich gut anpassen. Aber es ist halt nicht ideal, wenn ihr da öfter mal flexibel sein wollt. Deswegen habe ich mir einfach auch eine Position ausgesucht, wo ich es lasse. Das ist in dem Fall da hinten hier. Dann kann ich recht gut den Raum ausleuchten und allzu viel rumfummeln möchte ich dann da auch gar nicht mehr. So, kommen wir ganz kurz noch zur Größe des Lichts. Denn das ist ja ein Riesenunterschied im Vergleich zu den meisten, gerade Streaming-Lights, die man sieht. Seht ihr hier schon im Vergleich zu dem Logitech eine komplett andere Hausnummer. Nicht nur in Sachen Helligkeit, sondern eben allein schon auch in Größe. Würde ich sagen, schalte ich das Ganze jetzt mal kurz ein. Das ist noch eine relativ geringe Helligkeit. Kann ich euch das Ganze auch hier mal kurz zeigen. Habt ihr dann nicht allzu viele Einstellungsmöglichkeiten, aber wir gehen durch die mal durch. Wir hatten einmal hier die Möglichkeit, die Helligkeit von 0 bis natürlich 100 zu wechseln, was mich jetzt komplett blendet. Deswegen gehen wir jetzt mal auch wieder ein bisschen runter. Möchte ich euch noch sagen, dass von 0 bis 15 und von 85 bis 100 das Licht im Prinzip geräuschlos ist. Aber eben, und das ist ein relativ großer Bereich, von 15 oder sagen wir 16 bis 84, wobei das ist jetzt nicht auf das Prozent genau. Das anfängt doch deutlich hörbar zu zoomen, was ich euch mal zeigen möchte. Also das Mikrofon soll es eigentlich schon aufnehmen. Es ist definitiv ordentlich hörbar. Wenn ihr jetzt sowieso zum Beispiel so ähnliche Lichter habt, die sogar mit dem Lüfter daherkommen, sowieso weiter wegstehen, ist es wahrscheinlich kein Problem. Aber selbst knappe 3 Meter Luftlinie oder so, fand ich es noch unangenehm, weil mein Raum in den meisten Fällen eigentlich, solange ich eben Video drehe und nur rede, eigentlich lautlos ist. Außer meinem PC, der ein bisschen aufgenommen wird, fand ich das halt schon sehr, sehr störend. Gerade als jemand, der schon seit, ja, dezenten 28 Jahren, 24 Stunden am Tag durchgehend eben Tinnitus hat, brauche ich nicht noch ein Geräusch, das mich extra stört. Vor allem auf einer Frequenz, die nicht mit meiner übereinstimmt. Aber machen wir weiter. Ihr könnt das Ganze noch noch Problems auch in der Farbtemperatur ändern. Also ihr seht es ja auch hier schon, wobei das im Video nicht so sichtbar ist, weil es recht gerne überhält. Das wäre warm. Das geht von 2.900 Kelvin bis dann eben hoch auf 7.000 Kelvin. Ich denke mal, der Unterschied ist direkt klar. Müsst ihr halt für euch entscheiden, was ihr da braucht. Und das wäre das Panel Lighting zum Beispiel. Jetzt gibt es noch Chroma Brightness. Das seht ihr auch schon. Dann schalten sich hier die Quick Effects ein. Wir haben dann Breathing. Ich kann es schon mal einschalten. Dann eben Spectrum Light, Starlight, Static Wave und Wheel. Wobei ich das nicht wirklich flexibel genug finde. Ich hätte da gerne deutlich langsamere Profile zum Wechseln gesehen. Denn mir ist zum Beispiel gerade aufgefallen, dass wenn ich das im Hintergrund laufen halten wollte, wollte ich da, dass es durch ein paar verschiedene Farben langsam durchswitcht. Aber alle Möglichkeiten, die ihr habt, sind hier viel, viel zu schnell. Und was ihr jetzt anhand des Videos halt leider auch nicht erkennen könnt, ist, wie schwach es ist, das RGB-Licht. Also es sieht jetzt natürlich super hell aus. Das zeige ich euch allerdings nachher im direkten Vergleich mit dem GVM, warum das halt leider nicht der Fall ist. Wobei ich auch hier noch eins erwähnen möchte. Ihr habt Chroma Brightness und Panel Light. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Denn jetzt sind nur die farbigen LEDs an. Wenn ich Panel Light noch extra einschalte, geht das Licht nur bis maximal 15%. Das hat einfach den Grund, weil ihr jetzt vielleicht schon seht, dass jetzt die Saturation deutlich abgenommen hat. Oder besser gesagt, jetzt noch viel mehr weißes Licht dazugekommen ist und dadurch eben der RGB-Effekt schwächer ist. Das heißt im Prinzip, habt ihr das Panel Light noch an, ist von der Farbe an der Wand oder so nichts mehr wirklich zu erkennen. Allerdings mit nur dem RGB-Licht, das jetzt wieder vielleicht schon seht, ihr seht es leider nicht, das ist jetzt auf jeden Fall totales Grün, ist es einfach nicht genug beleuchtend und im direkten Vergleich zu einem GVM wird das erst richtig sichtbar. Wir haben allerdings noch hier die Advanced Effects und zum Beispiel, wenn wir mal auf Starlight gehen, ihr könnt jetzt hier die Farben anschauen, aber dieses Short oder Long, das sind immer noch viel zu kleine Spektren. Ich hätte da gern viel mehr Luft gehabt für so Wechseleffekte, denn wenn es schon über Synapse läuft, wäre das meiner Meinung nach eigentlich kein Ding gewesen. So, was ich jetzt mal machen werde, ist Folgendes. Ich wechsle jetzt mal nach da hinten, werde das hier an einem Stativ befestigen und zeige euch mal eben gerade, wie hell das Licht denn sein kann, denn das Weißlicht ist beeindruckend hell, aber für 300 Euro ist mir das dann zu teuer und das RGB ist nicht wirklich nutzbar, deswegen, warte mal. So, ich habe jetzt beide Lichter nebeneinander stehen, also gleich entferne und so weiter, da möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie stark das eben in den Raum beleuchten kann. Fange ich mal kurz mit dem GVM an. Also, das ist 100% Helligkeit mit einer Farbtemperatur von 4800 und ihr seht, je nachdem, wie ich das jetzt drehe, langt es problemlos in den kompletten hinteren Bereich auszuleuchten. Also, das ist ein wirklich schön helles Licht. Ihr könnt es euch einfach nochmal genau in meinem Test angucken, aber das ist auf jeden Fall völlig überzeugend. Wobei ich auch jetzt sagen muss, wenn ich auf 100% gehe bei dem Razer, boom, ist es auch ordentlich hell und kann hier auch problemlos den ganzen Raum beleuchten, weil es ist, dafür, dass es auch noch ein softes Licht ist, ist es sogar noch stärker. Und hier ist auch noch alles soweit so gut, Farbtemperatur und so weiter, kann ich euch übrigens auch noch kurz zeigen, jetzt sieht man es dann auch. Also, das wäre jetzt komplett warm, was schon einen Braunton hat und dann schon komplett kalt. Irgendwo so bei 5000 ist ja immer ein recht netter Wert. Die Sache sieht allerdings leider mit RGB komplett anders aus, denn jetzt schalte ich mal das Penlight aus, schalte Chroma ein. Wir sind bei einer Farbe von Grün. Und ihr seht schon, da ist jetzt hinten nicht mehr wirklich viel sichtbar. Also, das ist leicht angehaucht. Kann in bestimmten Bereichen lang. Wenn ihr jetzt sagt, ich will das Ganze heller, ich mache das Penlight an mit 15%, da ist nicht mehr wirklich viel Grün übrig geblieben. Also, hat es meiner Meinung nach keinen Sinn. Und das ist wirklich nur für sehr, sehr nahe Beleuchtung auf kurzer Distanz. Und auch dann, weil der heftige Unterschied ist halt jetzt, sobald ich mal das GVM einschalte. So, ich glaube, der Unterschied ist direkt offensichtlich, da muss ich auch nichts mehr zeigen. Also, das ist jetzt genauso der stärkste Grünton, auch 100%. Und das Ding langt, wenn ich es hier vorne stehen habe, anstatt hier hinten, um den kompletten Raum schön grün auszuleuchten. Also, nur nochmal als direkten Vergleich. Merkt es euch? Muss ich da noch mehr sagen? Ja, schön, ich kann direkt über die App die Farben auswählen. Das ist zum Beispiel jetzt blau. Blau ist okay, weil es generell ein dunkler Ton ist. Aber, nochmal kurz mit dem GVM. I rest my case. Tja, was ist mein Fazit zum 300 Euro teuren Razer Keylight? Es ist, gerade wenn man es jetzt nur für Weißtöne haben will, also warm oder kalt, völlig überzeugend, weil ihr halt wirklich helles Licht bekommt, das gerade, wenn es vielleicht an den Tisch schraubt, eben eine kleine Stellfläche hat. Also, es nimmt nicht wirklich viel Platz, wo die ganzen Arme mit Stativen da eine ganz andere Hausnummer sind. Da spreche ich aus Erfahrung, auch gerade wegen dem Bandos und so weiter, ist das vom Handling mit eben einem generell smoothen Licht wirklich schön. Aber dafür will ich nicht 300 Euro zahlen, denn das kriege ich zwar leicht kleiner, vielleicht deswegen nicht ganz so hell, eben auch für Elgato bei einem Preis von knapp 200 Euro. Und der Vorteil hier von RGB-Licht ist halt nicht wirklich vorhanden, denn... Also, gerne nochmal so ein Licht rausbringen für 200 Euro und dann halt nur in Weiß, weil das RGB, wenn es so ist, kann man eigentlich auch gleich lassen. Oder ihr investiert einfach 300 Euro in GBM, habt dann die Bedienungen direkt am Gerät. Was soll ich sonst noch sagen? Außer, tschau.